Wir haben im Projekt TuneIn Menschen eingeladen, über ihre Arbeit zu sprechen. Sie arbeiten in verschiedenen Berufen rund um die Akustik und die Elektrotechnik. Wir haben sie gefragt, mit welchen Gegenständen sie arbeiten, was sie tun, was ihnen an ihrer Arbeit Spaß macht und wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind. Bevor wir starten, möchten wir euch noch ganz kurz erklären, was Akustik ist. Frauen oder Männer, die in Berufen der Akustik arbeiten, beschäftigen sich mit dem Schall und wie er sich ausbreitet. Also sie wissen, warum wir einen Ton hören und wie wir ihn hören. Und wir möchten kurz erklären, was Elektrotechnik ist. Menschen, die in Berufen in der Elektrotechnik arbeiten, beschäftigen sich damit, Teile von Elektrogeräten oder ganze Elektrogeräte zu bauen. Manchmal erfinden sie auch neue Geräte oder machen alte Geräte besser. So, jetzt haben wir genug geredet. Wir lassen nun unsere Fachfrauen und Fachmänner aus Akustik und Elektrotechnik sprechen. Gibt es einen Gegenstand, der ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Ja, ich habe euch sogar zwei Gegenstände mitgebracht. Einmal das Ohr. Das ist das Sinnesorgan, mit dem wir Hörgeräteakustiker uns beschäftigen. Und zum Zweiten habe ich euch zwei Hörsysteme mitgebracht. Ein altes und ein neues, damit ihr schon sehen könnt, wie schaut die alte Technik aus, wie schaut die neue Technik aus. Weil die Hörsysteme heutzutage sind wirklich schon Kommunikationsmittel. Man kann die verbinden mit dem Handy, mit dem Fernseher, mit dem Computer. Also absolut Hightech. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Unsere Arbeit im Fachinstitut ist sehr, sehr abwechslungsreich. Beginnt einerseits mit der Kundenberatung, sprich die Arbeit am Kunden, der Hörtest, die Hörgeräteanpassung. Wir passen natürlich auch Gehörschutz an, machen Hörtrainings in unserer Arbeit. Dann kommt natürlich auch dazu die Fingerfertigkeit, sprich Reparaturen, die wir vor Ort durchführen können, machen wir. Dann kommt auch die administrative Tätigkeit dazu, sprich die Arbeit am Computer. Jeder Kunde ist digitalisiert, wir dokumentieren alles. Wir machen weiter die Bestellungen für den Kunden jetzt spezifisch, allgemeine Bestellungen, Telefonate natürlich mit den Zentralbereichen, mit den Kunden selbst, die Arbeit gemeinsam mit der Krankenkasse. Und ein bisschen Buchhaltung kommt dann auch noch dazu, weil wir ja alles selber dann verrechnen. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? Besonders Spaß oder Freude bei uns ist es einfach, Menschen kommen mit einem Handicap zu uns. Sie hören schlecht. Und wenn die Menschen wieder von uns weggehen, dann haben sie ein Lachen im Gesicht, weil sie wieder besser hören können. Wir haben ihnen wirklich Lebensqualität zurückgehen können. Und jeden Tag am Abend, wenn wir nach Hause gehen, wissen wir, der Tag war sinnvoll. Wir haben Menschen helfen können. Eigentlich bin ich auf Umwegen zu diesem Beruf gekommen. Zuerst wollte ich Friseurin werden. Dann habe ich den Beruf der Kindergärtnerin erlernt. Und schließlich habe ich mich dann für den Beruf der Hörgeräteakustik interessiert. Ich wusste zuerst nicht, was der Beruf ist. Dann habe ich mich mal informiert. Und es hat wahnsinnig interessant geklungen. Dann habe ich mich beworben. Und ich habe die Stelle bekommen und bin seitdem Hörgeräteakustikerin bei der Firma Neurot. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Ich heiße Benedikt Peters. Ich bin Produktionsleiter bei der Firma Poet Audio. Wir bauen kabellose Lautsprecher. Und ich habe dieses Schutzgitterblech mitgebracht. Das schützt also den Lautsprecher vor Einwirkungen von außen. Und das beschreibt deswegen meinen Job so gut, weil es ist eigentlich sehr unscheinbar. Aber es ist ganz schön schwierig, das herstellen zu lassen. Beziehungsweise, dass es genauso aussieht, wie es jetzt aussieht. Und dass es das tut, was es tut. Und es ist so ein bisschen mein Job, mich mit genau solchen Problemen auseinanderzusetzen, den Teufel im Detail zu finden und ihn dann auszutragen. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Als Produktionsleiter kümmere ich mich darum, dass die Produkte, die unsere Kunden bestellen, produziert werden und zum richtigen Zeitpunkt das Haus wieder verlassen. In meinem Fall beginnt es damit, dass ich die Materialien einkaufe, die richtigen Materialien einkaufe, die zur richtigen Zeit verfügbar sind, unsere Mitarbeiterinnen oder die richtigen Mitarbeiterinnen zur richtigen Zeit vor Ort sind und die Geräte schnellstmöglich zusammenbauen. Am meisten macht mir Spaß, die kleinen Probleme zu lösen. Also es tauchen an jeder Ecke und an jedem Ende immer wieder kleine Probleme auf. Und man kann sich mit denen manchmal monatelang oder Jahre beschäftigen. Und wenn es dann irgendwann klickt, das ist der schönste Moment und das ist das, womit ich mich am liebsten beschäftige. Das heißt also, sich in neue Thematiken einzulesen, über Sachen zu lernen, von denen man noch nie was gehört hat, einfach um diese kleinen Problemchen zu lösen. Das macht mir am meisten Spaß. In der Grundschule oder in der Volksschule hat mich schon immer Mathematik interessiert und die Naturwissenschaften. Das hat sich auch so eigentlich meine Schullaufbahn so durchgezogen. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, standen so mehrere Fächer zur Auswahl, Studienfächer. Da waren Ingenieurswissenschaften ganz oben mit dabei. Und dann hat mir jemand davon erzählt, dass es den Toningenieur gibt und das auch was mit Musik zu tun hat, was mich auch immer schon interessiert hat. Und dann habe ich das studiert in Graz an der Musikuniversität und an der Technischen Universität und bin dann bei der Firma Poet Audio gelandet. Zunächst erstmal habe ich da Lautsprecher zusammengeschraubt und dann ist die Firma gewachsen und jetzt bin ich da eben für die Produktion verantwortlich. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Ich habe heute mitgebracht zwei Instrumente, die ich in meiner Arbeit jeden Tag brauche. Das ist einerseits mein Mund und meine Ohren. Mit dem Mund produzieren wir Sprache. Wir brauchen die Lippen, die Zunge, den ganzen Mundraum und auch den Hals. Und es gibt da viele Muskeln, die miteinander zusammenspielen und gemeinsam Sprache produzieren. Die kann dann jemand anders hören und auch verstehen. Und das machen wir mit den Ohren. In der technischen Sprachverarbeitung bauen wir nun Instrumente, mit denen wir das, was der Mund macht und das, was die Ohren machen, nachbauen. Ich bin Sprachforscherin und ich stelle mir täglich unterschiedlichste Fragen, die mit Sprache im Gespräch zwischen zwei Menschen zu tun haben. Zum Beispiel untersuche ich die Sprachmelodie, anhand der wir wissen, wann spreche ich, wann ist der andere noch nicht fertig, wie antworte ich kurz oder lang, darf ich sogar gleichzeitig mit dem anderen sprechen. Solche Fragen untersuche ich. Und dann untersuche ich auch noch, wie wir unsere Sprache an den anderen anpassen. Zum Beispiel, wenn wir mit der Lehrerin sprechen, verwenden wir eine andere Sprache, als wenn wir mit unserer besten Freundin sprechen. Was mir besonders Spaß an meiner Arbeit macht, ist, dass ich an der Technischen Universität in einem Team mit Studierenden von unterschiedlichsten Richtungen arbeite. Wir haben Leute, die haben vorher Mathematik studiert oder Psychologie, Sprachwissenschaft und natürlich auch Elektrotechnik. Und so, in diesem kunterbunten Team, arbeiten wir gemeinsam an der Frage, wie passiert Kommunikation. Was mir auch besonders viel Spaß macht, sind die Forschungsreisen. Ich habe meine Arbeit schon auf allen Kontinenten vorgestellt und auch schon auf allen Kontinenten Sprecher und Sprecherinnen aufgenommen. Mein Beruf ist Sprachforscherin und ich bin zu diesem Beruf, sagen wir einmal, über Umwege gekommen. Ich habe ursprünglich Lehrerin werden wollen und habe das Lehramt in den Fächern Physik und Spanisch studiert. Und dann nach dem Studium war ich auf der Suche nach einem Job im Ausland. Weil ich war während dem Studium schon ein Jahr in Spanien und ich habe mir gedacht, ah, jetzt gehe ich noch einmal ein Jahr ins Ausland. Und dann bin ich auf ein Projekt gestoßen, in dem man eben technische Sprachverarbeitung gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt einen Bereich in der Wissenschaft, in dem ich das, was ich von der Physik weiß, über Akustik, über Signale, über Mathematik verbinden kann, mit dem, was ich aus meinem Sprachstudium weiß. Und so bin ich in diesem Projekt gelandet, habe mein Doktorat gemacht und seither bin ich bei der Sprachforschung geblieben. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Okay, so today I've brought the semiconductor products that we work on. So these are the integrated circuits or ICs, which are used in mobile applications like phones, tablets, or PlayStation and so many other equipment. My name is Dilip Kothari. I work for Dialog Semiconductor in Graz. And we make those power management chips, which are essential to save power on your mobile devices or your fitness tracker or your PlayStation. Today I've brought an example of my product, which is Dan in Graz. That is a chip for the iPad from Apple. And that chip is completely designed and developed in Graz. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? So my work is program management. I do the management of all the activities that go into the design, development and manufacturing of this product. In our case, we do the design and development in Graz. And then manufacturing is done in Taiwan in TSMC. And then packaging is done in another subcontractor. And then the chips come back and we do their evaluation, characterization to make sure that everything is working as required by the customer. So my job is to make sure that all things happen in time within the cost, which is budgeted. And we are able to keep the specification defined by customer. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? So my work is program management of the development of the chips, which consists of making sure that all different activities of design, development, evaluation, manufacturing happen on time within the product cost and also to make sure the customer requirements are fully met. So I work with different people in different countries in different time zones. and when I see the final product coming to hundreds of millions of people and they start enjoying the product, that's where I get the satisfaction. Especially on this case of iPad, when I do a FaceTime video call with my grandson and I see that he is able to use that product, which has got my chip in it, I get a special satisfaction. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Yes, when I was a kid, I was good at studies and I wanted to become an engineer because I did not like the medical sciences to become a doctor. And I was good in maths and sciences. So I ended up in electronics engineering. And then I got the possibilities to go abroad, to learn more and go some training. And when I started working, I had a chance to work in Europe for different companies in Italy, France, and now in Graz. And I really like working with multinational people in different countries and learn about different cultures. And that's how it is so enjoyable. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Hallo, mein Name ist Gabriele Machammer. Ich bin Augenoptikermeisterin, Kontaktlinsenanpasserin und Hörgeräteakustikerin. Das Symbol für die Augenoptik ist die Probierbrille. Warum? Weil ich mit dieser Probierbrille die Brillenstärke exakt bestimmen kann und damit individuell sehr gute Brillen fertigen kann, damit wir in allen Lebenslagen gut sehen. Das Symbol für die Akustik ist schlechthin das Hörgerät, aber auch der Lärmschutz. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Mein Alltag in der Augenoptik ist die Brillenglasbestimmung, die Kontaktlinsenanpassung und das Aussuchen und Perfektionieren der richtigen Brille, sei es für das Autofahren, für den Arbeitsplatz oder auch für die Freizeit im Sportbereich. In der Hörgeräteakustik ist es das Anpassen der Hörgeräte, wo wir den Hörverlust messen oder auch Anpassen vom Gehörschutz, vom Arbeitsschutz, vom Schlafschutz und Nässe-Schutz. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? Besonders Spaß macht mir die Vielseitigkeit meines Berufs, die Abwechslung, einmal in der Werkstatt zu arbeiten, einmal in der Brillenanpassung, einmal in der Hörgeräteakustik zu arbeiten. Es macht einfach Spaß, jeden Tag Menschen neu kennenzulernen, neu zu versorgen und sie auch wieder mit einem Lächeln hinausgehen zu sehen. Ganz klassisch, mein Papa war auch Augenoptikermeister und Hörgeräteakustiker und mir hat das immer schon gefallen und es ist auch meine Profession geworden und ich übe es bis heute sehr gerne aus und es macht Spaß, in allen Lebenslagen mit Menschen zu arbeiten, aber auch natürlich das Wirtschaftliche im Hintergrund zu machen. Jeder Tag ist anders. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Hallo, ich bin der Erik und ich habe euch heute zwei Gegenstände mitgebracht, die meine Arbeit gut symbolisieren. Zum einen hier zu meiner Rechten der Dodicaeda-Lautsprecher. Das ist ein ganz besonderer Lautsprecher, der Schall in alle Richtungen abstrahlen kann. Und zum anderen ein Messmikrofon. Das Messmikrofon nimmt den Schall auf und wandelt den Schall in ein elektrisches Signal um. Mit diesen beiden Systemen ist es möglich, die Raumimpulsantwort eines Raumes aufzunehmen. Eine Raumimpulsantwort für einen Raum ist so einzigartig wie ein menschlicher Fingerabdruck und wir können aus ihr die akustischen Eigenschaften des Raums bestimmen. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Ich bin Akustiker und Audio-Techniker und forsche und arbeite als Universitätsassistent im Gebiet der Raumakustik an der Technischen Universität Graz. Bei der Raumakustik schaue ich mir an, wie sich Schall in Räumen ausbreitet und welche Phänomene dabei zu beobachten sind. In einfachen Worten gesagt, stelle ich mir die Frage, warum wir in bestimmten Räumen besser und in anderen Räumen schlechter hören. Ein schönes Beispiel dafür ist die Klassenraumakustik. Dort stelle ich mir die Frage, warum Schülerinnen und Schüler den Lehrer oder die Lehrerin besser oder schlechter verstehen können und probiere dann die Akustik im Raum entsprechend einzustellen, sodass alle gut hören können. Dabei nutze ich verschiedenste Geräte aus der Elektrotechnik und aus der Akustik, aber auch meine Ohren. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? Ganz besonders viel Spaß an meiner Arbeit macht mir das Hören verschiedenster Raumakustiken. So durfte ich zum Beispiel schon Messungen in ganz, ganz halligen Räumen durchführen, aber auch in Konzerthäusern oder in sogenannten Reflexionsarmräumen. Bei der Arbeit an der Universität macht es mir auch sehr viel Spaß, mich jeden Tag mit neuen Themen und Problemstellungen im Bereich der Raumakustik zu beschäftigen und so wird mir eigentlich nie langweilig. Die flexiblen Arbeitszeiten und das Reisen zu Konferenzen macht meine Arbeit sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Ich habe mich schon in der Schule immer für Naturwissenschaften und Technik interessiert und hatte auch immer einen sehr starken Bezug zur Musik, da ich seit dem zwölften Lebensjahr Saxophon spiele. Also wollte ich nach der Schule etwas zwischen den Bereichen Musik und Technik studieren und kam dann auf das Studium Elektrotechnik Toningenieur. Im Studium gefiel es mir dann sehr, mich mit Forschungsfragen auseinanderzusetzen und so entschied ich mich, an der Universität zu arbeiten. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Ich habe euch heute meinen Laptop mitgebracht. Der symbolisiert meine Arbeit am besten. Ich verwende ihn als Musikinstrument, um Klänge zu erzeugen und um live damit Musik zu machen. Und ich verwende ihn auch, um ganze Musikstücke oder Videos zu machen. Und ich verwende den Laptop, um kleine Computerprogramme zu schreiben, die zum Beispiel einer Klanginstallation sagen, was sie zu tun hat. Ein anderer Gegenstand, der meine Arbeit auch gut symbolisiert, ist der Lautsprecher. Ohne den könnte man meine Musik nämlich gar nicht hören. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Ich mache elektronische Musik. Das ist ein ganz weites Feld. Zum Beispiel mache ich Musikstücke, die in Konzerten aufgeführt werden. Manchmal auch mit Instrumenten. Und andere Male mache ich die Musik und die Soundeffekte zu Theaterstücken, Hörspielen und Filmen. Oder ich mache Klanginstallationen. Und ich spiele mit meinem Synthesizer und meinem Laptop in einer Band. Die heißt Frau Summer. Meine Arbeit ist also ziemlich abwechslungsreich. Manchmal arbeite ich alleine vor dem Computer. Oder ich arbeite mit anderen KünstlerInnen zusammen. Zum Beispiel mit TänzerInnen, FilmemacherInnen, SchauspielerInnen oder anderen MusikerInnen. Das macht mir großen Spaß. Oft arbeite ich erst am Abend. Zum Beispiel, wenn ich Konzerte spiele oder im Theater Musik mache. Dafür fahre ich auch oft in andere Städte. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? Besonders Spaß macht mir an meiner Arbeit, dass es nie langweilig wird und es immer neue Herausforderungen gibt. Es ist eine kreative Arbeit, bei der ich auch viel experimentiere, um auf neue Ideen zu kommen. Außerdem interessiere ich mich für Technik und Naturwissenschaften. Meine Arbeit hat viel mit technischen Geräten wie Lautsprechern, Mikrofonen, Mischpulten und Kabeln zu tun. Oder man schreibt Computerprogramme, die Musik machen. Dafür muss man verstehen, wie Elektronik, Akustik und Klangerzeugung funktioniert. Außerdem macht es mir total Spaß, vor Publikum zu spielen und mit anderen gemeinsam Musik zu machen oder mit verschiedenen Medien zu arbeiten. Ich bin über Umwege zu meinem Beruf gekommen. Ich habe Akkordeon und Geige gelernt, aber ich habe nicht geplant, Musik zu meinem Beruf zu machen. Später habe ich Musikwissenschaft studiert und ich habe im Studium zum ersten Mal von Musik gehört, die mithilfe vieler Lautsprecher durch den Raum bewegt wird. Das hat mich fasziniert und deshalb habe ich recherchiert, wo es Räume oder Musikstudios gibt, in denen so eine Musik gemacht oder gehört werden kann. Dabei habe ich das Institut für elektronische Musik in Graz entdeckt und gesehen, dass es dort einen Studiengang namens Computermusik gibt. Ich habe mich beworben und wurde auch angenommen. Mittlerweile schreibe ich an meiner Masterarbeit. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Meine Arbeit wird durch das Auge symbolisiert. Ich war immer schon der visuellere Typ und habe dadurch auch ein gutes Beobachtungsvermögen. Das bringt mir wiederum für meine Arbeit einen großen Vorteil. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Ich arbeite als Videoproducer im Audio-Video-Team bei Lehr- und Lerntechnologien an der TU Graz. In erster Linie produzieren wir dort Lernvideos für die diversen Abteilungen, Institute, Lernplattformen und für das Personal der TU. Videos produzieren ist natürlich sehr allgemein gesagt. Wir arbeiten im Studio oder an verschiedenen Sets, treffen dort alle möglichen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und wir bearbeiten natürlich die Videos auch. Also es ist ein Gemisch aus Technik wegen dem ganzen Equipment, Menschenkontakt und kreativ-künstlerische Tätigkeiten in der Nachbearbeitung, wo man viele Möglichkeiten hat, sich auszutoben. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? Ich verbinde ja mit meinem Job das Auge. In diesem Zusammenhang macht es mir einfach Spaß, dass meine visuellen Fähigkeiten sehr oft bei der Arbeit zum Einsatz kommen. Das beinhaltet unter anderem das Zeichnen, Grafikdesign und Animation. Es ist also ein sehr vielfältiger Job mit einer großen Palette an Tätigkeiten, wodurch keine Monotonie bei der Arbeit entsteht. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Ich habe Medientechnik an der FH St. Bölten und Digital Arts an der FH Hagenberg studiert. Neben einer Medientechnik- und Mediendesignausbildung habe ich während meines Studiums zufälligerweise auch schon mit der Produktion von Lernvideos zu tun gehabt. Zum Beispiel habe ich an der FH St. Bölten das Brandschutzvideo für die gesamte FH gemacht. Obwohl ich ursprünglich aus Graz bin, hatte ich vorher eigentlich gar nichts mit der TU Graz am Hut. Ich schätze, es war einfach Glück und Zufall, dass ich diese Stelle an der TU entdeckt habe. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Ich habe heute zwei Gegenstände mitgebracht. Zum einen das Buch, das ist ein Werkzeug, mit dem wir unsere Wahrnehmung justieren. Und zum anderen das XLR-Kabel, mit dem wir unterschiedliche Audiosignale miteinander verbinden können. Erzählen Sie über Ihre Arbeit. Was tun Sie? Zum einen studiere ich Computermusik und bin sozusagen als freischaffende Künstlerin tätig. Ich mache Klanginstallationen, lege auf oder mache verschiedene Live-Performances. Zum anderen bin ich im Videoteam vom LLT und schneide Lernvideos. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass es sich selten wiederholt, dass man immer wieder mit anderen Leuten arbeitet, an anderen Orten ist oder mit anderen Themen zu tun hat. Das heißt, es gibt wenig Wiederholung und die Gestaltung von dem, was und womit man sich beschäftigt, ist relativ frei und selbstständig wählbar. Als Kind habe ich Klavierspielen gelernt. Da ich zu faul zum Üben war, hat mein Klavierlehrer irgendwann gefragt, ob ich tatsächlich weiterspielen möchte. Mit dann circa 15, 16 Jahren habe ich zunehmend begonnen, auf Konzerten Tontechnik zu übernehmen und diese zu mischen. Und das war dann auch zukünftig quasi der Weg, den ich eingeschlagen habe. Allerdings über Umwege. Zunächst mit einem Studium von Soziologie und Musikologie erst mal noch versucht, in der Wissenschaft zu landen, um jetzt an der Kunstuniversität in Graz Computermusik zu studieren. Gibt es einen Gegenstand, der Ihre Arbeit besonders gut symbolisiert? Ich habe sogar zwei Gegenstände mitgebracht. Der erste, der hier zu sehen ist, ist der Schaltplan für eine elektronische Schaltung. Wir erstellen solche Schaltungen am Computer und die bunten Teile, die darauf zu sehen sind, sind Transistoren. Das sind elektronische Bauelemente. Man kann sich die vorstellen wie Schalter. Die blauen Linien sind die Verbindungen zwischen diesen Transistoren. Hier kann man sich vorstellen, wie Drähte, durch die dann der Strom fließen kann. So ein Schaltplan wird dann übersetzt in einen Bauplan, den man in einem Mikrochip zusammenbauen kann. Dies hier ist der zweite Gegenstand. Das ist ein Silizium-Wafer. Auf dem sind viele Mikrochips nebeneinander zusammengebaut. Und wenn der Silizium-Wafer hergestellt ist, dann werden die Chips herausgesägt mit einer Spezialsäge in viele verschiedene Teile. Und jeder einzelne Chip kann dann in einem elektronischen Gerät eingebaut werden. Ich bin ein Mikrochips-Entwicklungsingenieur und ich arbeite für die Firma Dialog. Dialog ist eine von vielen Firmen, die es auf der Welt gibt, die Mikrochips entwickeln und herstellen. Zu uns kommen andere Firmen, die elektronische Produkte entwickeln möchten und die für die Funktion dieser Produkte Mikrochips brauchen. Und wir arbeiten dann mit diesen Firmen zusammen, um herauszufinden, was die Mikrochips genau machen müssen und wie sie am besten für diese Produkte funktionieren können. Dann entwickeln wir die Schaltungen am Computer und wir prüfen, dass sie richtig funktionieren. Und wenn die Schaltung dann fertig ist, dann geben wir die Baupläne zu einer anderen Firma, die die Wafer und die Mikrochips herstellen kann. Und die Kunden kaufen dann diese fertigen Chips. Zur Entwicklung dieser Mikrochips arbeiten wir meistens in Teams zusammen, weil die Mikrochips viele verschiedene Arten von Schaltungen beinhalten. Und dafür braucht man die Experten, die sich mit den verschiedenen Schaltungsteilen am besten ausgeben. Was macht Ihnen dabei besonders Spaß? Unsere Chips sind in allerlei bekannten Produkten eingebaut, zum Beispiel in Spielkonsolen, in Smartphones, in Handys, in Fitnessuhren. Und wenn man diese Produkte dann im Geschäft sieht, wo man sie kaufen kann und dann zu denken, dass man da einen Teil davon entwickelt hat, das ist schon eine tolle Sache. Außerdem ist es auch nach vielen Jahren in dem Beruf für mich immer noch erstaunlich, was diese Mikrochips alles können. Bei Dialog arbeiten wir zum Beispiel an Chips, die Strom und Spannung für andere elektronische Bauteile im Gerät liefern. Und diese Ströme können eine Stärke von vielen Ampere haben. Das ist zum Beispiel die Art von Strom, mit dem man einen Staubsauger betreiben kann. Und das alles in der kleinen Größe finde ich immer noch sehr erstaunlich. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Als ich Schüler war, hatte ich einen Computer zu Hause. Die Computer waren damals noch selten und sie waren viel einfacher und langsamer, als sie das heutzutage sind. Ich wollte dann aber herausfinden, wie so ein Computer funktioniert und wie man den bauen kann. Und dann hat mir mein Informatiklehrer empfohlen, dass ich elektrotechnisch studieren sollte. Als ich dann in dem Studium war, habe ich aber angefangen, mich für Mikrochips zu interessieren. Und so bin ich dann zu diesem Beruf gekommen. Willst du vielleicht einmal in einem Beruf in der Akustik und Elektrotechnik arbeiten? Es gibt da ganz viele Ausbildungen und Arbeitsmöglichkeiten. Wenn dich ein Beruf besonders interessiert, kann dir deine Lehrerin oder dein Lehrer sicher noch mehr darüber erzählen. TuneIn Ein Projekt zur diversitätssensiblen und geschlechtergerechten Technikvermittlung für Kinder und Jugendliche im Bereich Akustik und Elektrotechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017